Okay, die Notiz lese ich mir gleich mal durch. Hm. Wo werde das Teil dann denn? Okay. Nein, danke. Fürs erste noch nicht. Und erneut speichern. Es ist für mich hier nämlich juba mega hyper fishy, dass hier weit und breit niemand isst. Abgesehen von den miesen FPS. Lustigerweise nippelt aber echt immer nur die FPS dann ab, wenn ich aufnehme. Das heißt, im Rückschluss, ihr seid schuld. Nicht. So. Erstmal Kriegshilfen. Oh. Okay, sie hat uns noch nicht gesehen. Ich glaub, das hätten wir nicht überlebt. Los. Nein. Das wär's. Und geschafft. Nice. Huh, da konnten wir uns noch vor dem Ding retten. dann. Dann. Da kommt jemand. da haben wir noch leider zu wenig und verdammt die Spur verloren Uhhh, fuck off! Na los, komm her, du Riesen-Ups! I don't know how to fly Oh, Alter, das hat mich voll ins Gesicht gedrisset. Hä? Warte. LOL. Okay. Egal. Nicht mit mir. Na los, du Riesenschöling. Alles in Ordnung? Nein, Level up. So, was nehmen wir? Was nehmen wir? Was nehmen wir, Leute? Was nehmen wir? Was nehmen wir? Hm. Boah, das wäre eigentlich voll geil, aber dafür einfach noch viel zu schlecht. Boah, das könnte eigentlich auch voll geil sein. Nein, nun zählt noch ein Level. Boah. Boah. Oh. Merkies machen alles nah. Also seid nett. Oh ja. Nice. Boah. Immer wieder die Qual der Wahl. Hm. Oh. Oh. Hm. Hm. Boah. Voll die harte Wahl. Ja doch, mach mal. Warte, Merkies haben einfach ihren Platz noch nicht gefunden. Ja. Nein. So. Nice. Hier ist eigentlich voll viel Werkzeug. Das muss man eigentlich hier alles mitnehmen. Und es dann da an dem Vault verticken für gutes Geld. Das nenne ich mal verstaubt. Guck mal. Was ich mich frage, hier bei all der ganzen Zeit, die jetzt hierhin vergangen ist... Da draußen ist was. Äh... Das ist... Alter... Aber noch läuft. Oh, ihr liebt seine kleinen Merkies! Boah. Nein. Aus, komm her. Wir haben uns das letzte Mal unterschätzt. Den wir jetzt verstecken... ... haben sich wohl aus dem Staub gemacht. So, ist hier was denn? Nö. Ist das hier eine Bücherei? Warum ist es denn plötzlich so still? Hier sagt doch einer die ganze Zeit was. Also... Was willst du mit deiner Bücherei? Wat laberstu? Ha. So. Hm. Okay. Oh. 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 Seit wann ist es denn so still? Okay, ist nichts zum Aufnehmen. Die machen sie auch nicht mehr wie früher. Weiter, voll das geile Unternehmen. Hier ist echt alles. Ah. Klingt hier voll nach dem geilen Betrieb. Okay, hier ist anscheinend aber nichts. Das heißt, sonst bleibt hier nur ab die... äh, diese... Oh, wahrscheinlich das hier. Ja, boah. Oah. Klapp! Klapp! Bäh! Schleicht hier! Ich bin nicht zu messen. Warte, hier ist voll viel Zement. Na los, trefft das Scheißvieh. Ich glaub wir sind nicht da. Diese kleinen Zeck. Huuuuhh. Ja. Huch. So, heiße Leute. Fleisch, kein Knöchiges. Ich glaub hier gibt's nichts mehr so richtiges, also abgesehen von oben. Nein. Also da her. Verdammt. Ja man. Lass mich hier die komplette Scheiße ausräuchern. Verdammt nochmal ja. Nice. Möchiges machen alles nach. Also seid nett. Hm. Hm. Das ist ja aber auch überhaupt nichts da. Okay. Wenn Laurie euch anhört, dann nur, weil er euch lieb hat. Alles klar. Alles klar. Wenn Laurie euch anhört, dann nur, weil er euch lieb hat. Okay. 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 Das heißt... Und wird... Dann... Hier... Wird Gott richtig... ...Famedrop geben, aber ich... Alter, hier sind voll viel zu minze. Ja. Erstmal hier die Shotgun nehmen. Ein ruhiger Murphy ist ein zufriedener Murphy. Aha, das sind glaube ich die Opfer. Okay. Okay, ich fühle mich gerade hier ein bisschen schlecht, aber auch nur ein klein bisschen. Ich will... Ich will... Das hier... Hier war scheiße. Ich suche... Das war der letzte. Oh. Das war der letzte. Das war der letzte Mal. Das war der letzte Mal. Also nicht, dass das eine Option wäre. Nicht mit mir, Junge. Nicht mit mir. Ja, anscheinend hat hier einer die gezüchtet. Okay. Ich schätze, jetzt wünscht er sich, er hätte Vögel gehalten. Ja. Denke ich mir auch gerade. Kann ich dir was abnehmen? Ja, bitte. Aufgepasst. Wie sieht der Plan aus? So. Alter... FPS hier. Okay, jetzt fühle ich mich weitaus weniger schlecht. Woah. Ja, wenn es nicht anders geht... Ich dachte schon, ich hätte hier jemanden sein ganzes Zeug vernichtet. Aber... Weil ich weiß, dass draußen noch immer diese widerliche kleine, elende Todeskalle rumgammelt. Ich schlafe hier erst mal eine Runde. Ich weiß, wir haben einfach ihren Platz noch nicht gefunden. Ja... So. Zwei Stunden müsste das Scheißvieh doch weg sein wahrscheinlich. Also, sie ist wahrscheinlich... ... So.